Hey Leute und herzlich willkommen zu... Ja, komm, geh. Ich hab nichts gemacht, ich steh hier nur da. Ja, geh. Okay, hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Gott, warum... Komm, geh jetzt endlich weg erstmal. Gib mir kurz Zeit. Du wärst du tot, ne? Gib mir jetzt kurz Zeit. 9, 8, 7, 6, 5... Was? Nein! 4, 3... Nein, Alter! Oh, Lusche, ey! Warte, wie lange hast du jetzt noch? Minuten. Was, 5? 6. Okay, dann lass mal erstmal zum Spawn gehen. Bis wir dort sind, ist die Folge wiederum. Hä? Du wärst eigentlich tot, mein Lieber. ... Und ver, wir sehen uns auch. Vielen Dank. Wieviel Damage macht dein Schwert? Genauso wie deins. Wie viel macht denn meins? Deins macht never so viel wie meins. So wie viel macht deins? 10,75. Hast du Schärfe 3, ne? Ja, ja, ich hab Schärfe 3. Ja, für 2. Lol, du hast Schärfe 2. Kommst du jetzt zum Fight? Ich komm. Oh, scheiße. Ich muss ja wegrennen. Du bist halt viel besser equipped als ich. Und ich hab ja jetzt noch ein paar Folgen Zeit, bis ich wieder fighten muss. Also... Was? Wie viel Herzen hattest du noch? Ein halbes. Was? Ich hatte ein halbes Herz. Was? Alter. Scheiße. Ein halbes Herz. Fick dich, Alter. Warte, ich kann Bildschirmübertragung anmachen. Was? War halt doof rauf zu gehen. Ein halbes Herz. Alter. Hättest du jetzt den letzten Hit gemacht, dann wär ich tot gewesen. Ja, ich hatte dich auch noch voll weggekombot. Ja, übelst. Digga, wie viele Dias hast du gefunden in dem Projekt? Was? Wie viel Dias hast du gefunden? Ähm, dadurch, dass ich allein war, musste ich erstmal die ganze Zeit, ähm, Ding machen. Also farmen. Und dadurch hab ich ziemlich viel Dias gefunden. Wie oft warst du jetzt schon auf dem Server? Ich weiß es nicht. Also du hättest sogar einen Tag zu wenig. Also jetzt ungefähr 5, 6, 7, 8 mal auf dem Server. Mal kurz spenden jetzt erstmal die Folge. Leute, das war's mit Mark of Warox. Das ist ein Dicke und Abo da. Und ja, dann muss ich sagen, dass du was mit dem Projekt. Und wir sehen uns in der nächsten Staffel. Danke für die Teilnahme. Danke.